Hallihallo, Hallöchen, mein lieben Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Runde TTT und dabei ist wieder der Kevin, der Paul und der Tobi. Hallo, richtig. Jo. So, ich schließe das mal. Äh, ja. Genau, okay. Paul ist Traitor. Und ich entschuldige... Ich bin nicht der Traitor. Entschuldigt bitte für diesen wunderschönen LSD-Trip hier. Oh, boah, ist das hart. Was ist das für ne... Nein, Pac-Man-Musik. Das ist ne Pac-Man-Map. Jetzt raff ich das erstmal. Ah! Okay. Das war bestimmt Aludin. Ich vertraue dir nicht, Kevin. Ich vertraue mir auch nicht. Ich war's auch nicht, wie er getroffen ist. Also ich hab Aludin grad gesehen, er hat nicht... Äh, war schon wieder... Er spricht und... Hallo, Kevin. Hallo. Alter, ist ja voll... Alter, das geht doch mal weg von mir, meine Güte. Aha. Sie haben auch wieder Bobbel. Weißt du, ne Waffe hast du gerade? Äh, ne dicke... ...hutsch... ...die 150-Schuss-Scheiße? Okay, der wurde mir getötetet. Ich würde mal sagen, dass jemand die Traitor... ...da Traitor liegt richtig verstanden. Mit der M16 wurde er getötet. Mit der M16? Mit der M16. Ich hab keine M16. Ich hab ne Hutsch in der Hand. Dann war's wahrscheinlich der Pobi. Aber du kannst ja natürlich auch die Waffe gewechselt haben. Ja. Wobei... Wobei hier auch so viele Waffen rumliegen. Weil ich die Mäppe auch so Insta kenne. Da liegen auch echt viele Waffen rum. Oder? Ja, aber die sind zu finden. Ich hab das Gefühl, als wenn der mir gleich den Rücken ballert. Ich glaub, wir finden uns jetzt eigentlich eh nicht. Ne, aber ich bin bei dir. Das beruhigt mich nicht gerade. Ja, das hab ich mir gedacht. Aber du hättest mitbekommen, wenn ich mit dem Ding jemanden abschieße. Ich hab ihn gefunden. Ah! Ich hab ihn gefunden. Oh Mann, ey. Ich war gerade so schön erstaunt. Ich hab gerade rausgefunden, dass das Pac-Man-Map ist. Und dann erschießt er mich. Mann, Pac-Man-Puff. Die haben hier vorbei und dann war ich einfach voll umgemächt. Aber was ist das hier hinten? Warum sind hier so Computer und sowas? Warum? Ja, ich glaub, du kannst als Twitter wahrscheinlich diese Geister losschicken. Ah, das hier. Dann darfst du da wahrscheinlich nicht reinlaufen oder so. Oh Gott, was ist das denn? Das ist aber keine Pac-Man-Mucke. Doch, das ist Pac-Man-Mucke. Doch, das ist Pac-Man. Die Gänzeile noch nicht. Ist du immer noch, Tobi? Boah, schon wieder. Zwischendurch. Der macht den ganzen Tag nichts anderes, glaub ich. Also mittlerweile echt nicht, ey. Mal gucken, was wir überhaupt da haben, alles. Hä? Hä? Ja, genau. Geh schon mal in den Traitor-Stopp. Wieso? Hä? Ja, natürlich. Was? Wieso bin ich jetzt woanders? Achso, weil die Runde neu angefangen hat. Klar. Ja. Ja. Och Gott. Ich gehe gar nicht mehr durch. Das klang so, als ob der Alu-Link wieder. Er ist bei mir. Also ich bin auf jeden Fall unschuldig. Tobi, ich mach unschuldig. Unschuldig. Naja, unschuldig. Keiner von euch ist unschuldig. Ich bin voll unschuldig. Okay, das klang nach einer Disco. Ja, die hat mich geschossen. Ich will ein finden, damit ich nicht so alleine bin. Ich hab dich gesehen, weil du hast, du hast Dings, du hast wieder einen Error über dem Kopf. Da, guck mal, da ist Paul und da ist, ne, ne, Tobi, Tobi, Tobi hat einen Error über dem Kopf. Ach, der hat die Waffe. Hast du nicht fette Brumme? Ja. Haben wir vergessen, hier zu sagen, ne? Aber warte mal. Die hat immer Error. Was ist denn? Warte mal, wo war denn die Computer? Das Ding hat sich in der Handkapp, oder was? Ah, da ist Kevin. Kevin. Ja, hallo. Was haben wir denn hier eigentlich? Ah, hier ist der Error, da wo ich bin. Tobi ist jetzt, du kannst durch diese Pac-Mans, kannst du dich irgendwie beamen oder so. Ich hab die mal aktiviert noch. Kannst du das hier? Wie aktiviert? Bist du Traitor doch? Ne, du kannst doch hier. Natürlich ist der Traitor. Kevin ist Traitor. Ja. Ja, also, Kevin ist Traitor. Ach, jetzt kann man, ach, dann kann man die nicht nehmen zum Porten, wenn das, ah, jetzt verstehe ich das. Wie, wen kannst du das? Du sagtest doch gerade, man kann da durchlaufen zum... Durch, ne, da sind überall so Pac-Mans an der Wand mit so roten, mit so roten Dingen, da kannst du dich porteln. Bäh! 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 Ich glaub, ach, das wird ja... Ja, Paul! Das wird ja immer wahrscheinlich diese Dinge aktivieren hier, diese, dass die hier so durch die Gänge huschen und einen töten. Ich bin nämlich gerade reingelaufen und hab Schaden gekriegt. Achso. Paul? 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 Okay. Tobi hat mich gerade gesehen. Ja. Tobi, warst du das? Tobi, warst du das? Ja. Ja. Ach, okay, du warst es gar nicht. Oh, scheiße. Pff, stimmt. Der Onkel war ja der ganze Zeit wieder unterwegs. Entschuldigung. Boah! Boah! Was war das denn? Ich war auf einmal einen Schneemann, Mann! Ich sing die ganze Zeit, hä, warum kommt ihr jetzt so Weihnachtsmusik? Bis ich dann mal, bis mir da eingefallen ist. Das war das, was ich auch gehört hab. Let it snow, let it snow, let it snow. Ja, Paul war's. Der hat das ganz raffiniert gemacht, die Sau. Der hat die ganze Zeit leise, dass wir irgendwie was anderes verdächtigen. Ich hab mich gecheckt gerade, überhaupt nicht. Ich hab nur noch Tobi, aber noch hoffentlich was. Ja, vor allem, ich hab dich gesehen und wollte hier eigentlich gerade eine verpassen. Da hatte er extra keine Waffe dann bei. Und hab schnell gesagt, ey, was ist der Schneeball? Scheiße, jetzt ist er weg. Ach komm, jetzt fängst du nochmal an zu essen. Scheiße. Ei, 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 ei. Mann, Mann. Das war ja immer schön, wie du mal an meinem Gesicht warst. Und dann so, ach, halt dich durch. Das Doofe ist, dadurch ich mit euch noch so wenig gezockt hab, fällt mir immer der Name nicht ein. Sonst hätte ich schon laut Paul gerufen, aber mir ist der Name nicht eingefallen. Und dann zopp. Kommt doch. Aber so ist es ja auch gedacht. Du hörst die Mocke und hältst den Mund. Ja eben. Ach, durch die Dinger kann man durchlaufen. Jetzt verstehe ich das erst. Ja, durch diese Pac-Mans am Rand. Ja, ja, mit diesen roten Streifen rumrum, ne? Äh, Kevin ist Traitor. Natürlich, immer. Absolut, immer rum. Immer. Wer hat denn hier eine Rauchkarte gemacht? Ja, wollte ich auch gerade fragen. Hi. Gut, das war bestimmt Aludin, der läuft mir gerade vor. Ich bleib bei dir, Chris. Ich hab hier Angst. Ach Gott, der ist ein verrückter hier, ey. Was ist da? Nee. Warte, 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 warte. Ja. Boah. Da bleibt dir wirklich. Ich bin beim Onkel und hier ist sicher. Hör auf. Ja, von wegen. Das ist wieder Paul. Ich weiß, da bin ich wieder ein Schneemann. So sieht's aus. Ich kann doch nicht hier rum ne Traitor sein. Hä? E drücken. Was? Was Bumme macht. Wer hat denn jetzt geschossen? Oder macht Tobi da gerade? Ich würde mal behaupten, Tobi könnte Traitor sein, weil er keine Ahnung hat, was er hat. Ja. Ah. 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 Ihr wollt mir vielleicht eine Töderwaffe aktivieren oder Falle oder was auch immer das sein könnte. Da passiert aber nix. Aha. Da passiert aber nix. Ja, da passiert aber nix. Ich bin eigentlich verarscht. Ich bin. Ah. Wo sind's? Boah. Kevin. 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 Hallo Kevin. Was denn? Oh Gott, oh Gott. Mann, was macht ich denn? Schattliche Blick. Boah, alle. Wie sie alle auf einem Haufen gehen hier? Was denn los? Ich hab mich schon verpicht. Wenn da irgendwo... Wo ist Kevin? Kann man eigentlich was rüberwerfen? Oh Gott, das geht nicht. Hä? Das war ich, ich wollte eine Granate gucken, ob man das über die Gänge rüberwerfen kann. Sag mal, hast du einen Taser in der Hand? Hä? Nein, ich hab bloß eine Glocke in der Hand. Ich hab bloß eine Glocke in der Hand. Nee, nee, nicht du, ich meinte... Tobi, das sah so komisch aus, aber der hat dann nur eine Taschenlampe an die Pfoten kleben. Ja, die kann man, glaub ich, aktivieren auch irgendwie, ne? Warte, die aktivieren. Über F. Hm. Du Räume. Ja, ja. Was, über F? F? Ja. Machst du Taschenlampe an, aus? Hacke. Ich find noch so eine Witch hier, also... Wo bin ich denn auf einmal hier? Ich hab keine Ahnung, warte mal, hier kannst du dich... Ich hab Schaden gekriegt. Alles zieht gleich aus. Hä? Ja. Jetzt bin ich auf einmal bei euch, weil ich mich hier... Ach, hier kannst du dich wieder... Was ist denn da für eine Waffe in der Hand? Schieß doch mal bitte damit. Einfach mal so... Ey, ich bin... Ich hab mich weg... Ihr müsst mal durch den Dings... Nicht gut, ich mein Tobi. Achso. Achso, ihr habt euch das Ding da weggeportet. Ja, wir haben uns. Tobi? Ja? Was hast du da für eine Waffe in der Hand? Das ist ne Diegel. Mhm. Schieß doch mal einfach mal irgendwo hin. Wen meinst du jetzt? Tobi. Alles klar. Ja, doch nicht auf mich, Junge! Mann! Boah, diese Map, die macht einen völlig, ey, die macht einen völlig froh. Ich hör gleich, ja, wir sind alle tot. Das wär schon lange passiert, wenn nichts gewesen wär. Was hab ich, glaub ich, beim letzten Mal auch gesagt? Mhm. Ja. Boah, wo seid ihr denn alle? Ach, seh ich euch alle auf dem Haufen? Und dann? Boah, ich krieg langsam... Mann! Echt, ich krieg auch... Ah! Ah! Boah! Ich hab dich lange hier gesehen. Was? Ja, ich suche euch auch schon die ganze Zeit. Geh mal lieber weg von dem. Wo bist du? Was? Was? Verdammt! Warte mal! Warte mal! Ich muss doch mal! Ich muss doch... Wo ist er denn? Hm? Ah, ich weiß aber nicht die Tasten! Meins! Mein Gott, ey! Das ist ein scheiß Dreck, ey! Ah, Mann! Da bleibt der ruhig und leise! Mit dem Waffenwechsel... Mit dem Waffenwechsel muss ich raffen noch hier. Mein Gott! Einfach 2, 3, 4 drücken, dann kriegst du immer ne Waffe, egal was. Ja, normalerweise ist ja 2 die Traitor-Waffe, aber da hat's bei mir auf die Pistole gewechselt, dann sagt er auch noch... Ja, weil die Traitor-Waffen 7, 8 sind am Ende. Wer war's denn jetzt überhaupt? Ja, der Onkel! Ach so, ja Gott! Der Onkel dahinter ist, Digga, der war so... Ich dachte mir nämlich schon, hey, der liegt ein komischer Körper, aber... Ja, du kannst nicht damit anfangen, ich hab ja gehofft, dass Kevin mich sieht, aber Kevin ist ja auch lustig, ich brille durch die Gegend. Na, aber hast du mich jetzt gesehen, wie ich Kevin getötet habe? Äh, wieso kann ich den Körper anfangen? Hast du mich jetzt gesehen, wie ich Kevin... Ja, weil du eh drücken musst, dann siehst du, wenn du dabei stehst, musst du eh drücken, dann siehst du, von wem die Leiche ist und durch was er gestorben ist. Dann hättest du sagen können, ich hab grad die Leiche von Paul gefunden. Also Paul hab ich nicht gesehen. Ja, weil du hast jetzt einfach auf mich geschossen... Also hast du auf Deutsch gesagt, auf mich auf Verdacht geschossen? Du hast gar nicht gewusst, dass die beiden tot sind. Ja, das wussten die beiden doch nicht. Wusste er doch nicht. Okay, ich bin hinter dir hergerannt und sehe einfach nur, wie Kevins Körper... Ah, das wollte ich grad wissen, ob du es gesehen hast. Alles klar. Ich hab... Oh Gott, völlig mischucke, das ist echt... Ey, die Map ist mischucke. Boah. Na, na, na. Na, ich bin... Ich bin alles gut. Also der Onkel ist mindestens genauso oft Trader wie ich. Was? Nein. Ich bin doch nie einmal jetzt. Boah. Ganze Zeit. War ich auf der anderen Map, Trader? Ich weiß gar nicht mehr. Tobi verfolgt mich. Tobi lebt dich. Tobi lebt dich. Also ich bin... Also wenn ich das gut bin, du warst Tobi. Boah, diese Map, ey. Boah, mir wird's schlecht. Boah, ist die ätzend, ey. Ja, ja, Tobi. Ich verrate jeden der Mikro. Ah! Wer ist aus allen Gängen hier? Kommst du auf einmal angelaufen. Ey, ich suche mich für euch nicht mal. Ich hab grad jemanden gesehen hier. Ich hab das Gefühl, ich werde gleich in jemanden reinlaufen, der mich einfach abknallt. Mit der Onkel vor mir. Das doofe bei der... Was? Wo? Ich war grad hinter dir gelaufen und dachte, du hättest mich gesehen. Nee. Siehste? Wollte du so in die Gänge geguckt hast, nach links und rechts dachte... Boah, man denkt aber auch, man läuft hier die ganze Zeit... Ah, guck mal, was ist das? Ah, Tobi. Tobi, 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 Tobi. Tobi, 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 Tobi. Was? Ah! Ah, alle da! Siehst du, das meine ich. Man läuft hier die ganze Zeit über die Maps, sucht die Leute und dann auf einmal stehen sie alle auf dem Haufen. Das Schlimme ist, ich hab einfach so ein Portal benutzt, ne, und dann steht die alle hier. Ja, ich sag doch, ich hab euch vor uns alle gesucht... Das sah schon krassig aus. Der Onkel ist bei mir. Ja, ich seh Kevin, 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 Kevin. Na? Na? Wen haben wir denn da? Na? Wen haben wir denn da? Wie weg, Herr Paule. Kann man auch. 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 Kann man nicht. Kann man nicht. Was ist eigentlich hier? Hä? Ich hab Schüsse gehört. Ach ja, der Tobi hat einfach sinnbefreit auf mich geballert. Na. Paul. Auf jeden Fall. Paul. Auf jeden Fall. Was? Hedgehog sogar. Mit der M16. Oh, 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 oh. Ein Pro Gamer. Ja, natürlich. Conor-Klitzend, Conor-Klitzend. Erfahrung. Ich darf jetzt nicht losballern, aber ich muss mal gucken. Doof, Gott. Bist du nicht gestorben? Alter, ich bin voll... Du hast den für den Kack und hör einfach nur so All I want for Christmas. Das ist Kack-Weihnachtsbuck, ey. Ja, ich bin jetzt einfach... Kommt auf die Ecke, gerade mit dem Knüppel. Ja, und ich bin zurück und hab erst mal die Fresse gehalten, weil ich gedacht hab, ich bin tot. Ich auch. Ich bin zu oft Traitor auf dieser Map. Alter, hab ich mich erschrocken, ey. Oh, okay, Vorbereitung. Der Weihnachtsbuck ist mir gerade so auf die Eier gegangen. Hab ich dich verfehlt, hat er getroffen? Du hast, glaube ich, daneben getroffen. Ja, er ist ja ganz normal. Er ist ganz normal gestorben. Also, er ist durch einen Headshot gestorben. Ja, deswegen, das fand ich ja so komisch. Also, hab ich ihn voll verfehlt. Normalerweise hätte er schon längst in den Schneeball verwandelt werden müssen. Ja, du hattest ihn mit der M16 nochmal weggeballert. Deswegen wusste ich jetzt, darf ich was sagen? Oder bin ich ruhig? Nee, nee, also... Ja, ja, ja. Die Musik gehört und war ruhig. War schon richtig. Ja, doch. Normalerweise, es dauert ja ein bisschen länger, bis du dann dich in den Schneeball verwandelst. Weißt du, was ich für... Ja, ich weiß, dass es ein bisschen dauert. Aber ich war halt so verwundert. Ich wusste auch selber nicht, ob ich ihn getroffen habe. Ich hab einfach geworfen und weitergerannt. Vor mir ist auf jeden Fall der Tobi. Oh, ich bin wieder allein. Der Tobi, der Tobi, der Tobi, der Tobi. Nee, aber, ähm, ja. Aber eigentlich hab ich gar keinen Bock, bei Tobi zu sein. Entweder Tobi. Nein, ich renne. Oder Kevin ist es. Glock. Was? Hier. Was? Ich hab ne Glock in der Hand, war bloß die Scheiße. Warum schießt du denn dann auf Kevin? Nee. Warum, Kevin, warum schießt du denn auf... Nee, warte mal, wer hat denn auf wen geschossen jetzt? Paul hat auf mich geschossen, oder? Ja, du... Ja. Also einer von euch hat geschossen gehabt. Und ich hab zurückgeschossen. Mann. Alles ballert rum, keiner weiß warum. Das gibt's ja mal. Ihr seid doch einfach zum Kotzen. Ja. Du hast ja beschossen. Und Tobi, der zieht ganz böse auf mich gerade. Warte mal. Nee, Paul, du hast auf mich geschossen. Ihr habt doch neben verloren. Jetzt geh doch mal weg jetzt. Okay, Onkel. Tschüss. Oder erst mal Aludin. Alles... Was? Kevin, wie kommst du denn... Ich hab nicht mehr hier... Alter. Auf einmal um die Ecke kommt auf einmal Kevin. Ich will nur einfach einmal hier in Ruhe rumlaufen. Kevin, Tobi. Und dann wenn jemand killt, weil ich jetzt Angst hab, Paul. Hast du jetzt gerade gemerkt, dass ihr Rücken an Rücken euch... Dass ihr zusammengestoßen seid, Kevin und Tobi? Nö. Es ist dann nämlich... Ihr seid nämlich gerade Rücken an Rücken zusammengestoßen, weil alle beide in andere Richtung... Ha! Nein, hab ich nicht mehr... Ihr fickt doch jeder mit jedem. Jeder mit jedem. Ich hör Mike Jackson Musik. Ja, ich auch. Und ich weiß nicht warum. Und ich will nicht wissen. Weil der Aludin jetzt war? Na, wahrscheinlich. Ich weiß es nicht, aber ich seh die Leiche nicht. Ich kann doch nicht das 20. Mal Traitor sein. Das geht nicht. Also, wo ist dieser kleine hässliche Junge? Der war's definitiv. Oder nee, warte mal. Der lief nachher um die Ecke. Aber Tobi wehrt sich auch gar nicht, als er ging bei dem Ohr. Oh, scheiße, das war's. Entschuldigung. Oh, Kevin. Warum? Das war Reaktion. Das war keine Reaktion. Das war Reaktion und Aktion. Aktion und Reaktion. Oh, umgemäkt. Äh. Der Nächste, den ich seh, wird umgemäht. Ganz ehrlich, der Nächste, den ich seh, der wird einfach nur umgeweht. Ich hab gerade aus... Ja, gut. Ich hab Tobi getötet. Tobi war's aber gar nicht. Tobi, wo wärst du dich denn? Ich kenne meine Vorwürfe. Da kann's ja nur... Paul gewesen sein. Ah. Nein! Es war Paul. Ich dachte, die andere Zeit, das ist Kevin gewesen. Ich dachte, das ist auch, weil Kevin hat mir scheinbar nicht in den Rücken geschossen. Weil der sagt, weil der stand neben meiner Leiche. Der stand neben meiner Leiche und hat gesagt, und hat gesagt, wir müssen mal die Leiche. Ich find die Leiche nicht. Und deswegen hab ich gedacht, das ist Kevin. Ich wollte eigentlich, die Swilla war von dem, der hat mir mal die Glocke in der Hand. Und balla einfach los auf Tobi. Dann schieß ich einfach auf Kevin und hab die Verwirrung ausgenutzt. Ah, Mann. Dann hat Kevin mich eiskalt umgebracht. Ja, ich weiß. Du hast mir meine Vorwürfe gewährt. Aber bei der Map kann man hier nicht viel machen. Die ist ein bisschen wüde. Das ist halt die ganze Zeit am Kauen, der Tobi. Was soll ich, was soll ich denn sagen? Ja, Anu, ich hab ein Paola und jetzt. Aber Paul, wie da weißt du, ey, mach du Scheiße. Warum stehst du hier einfach nur rum? Warum bist du hier einfach nur rum? Achso, das ging ja jetzt erst mal. Hä? Ich bin zu dir gekommen. Er schießt ein riesengroßes Errorschild auf mich hier. Also bei mir ist die Waffe funktionstüchtig. Ja, bei mir ist da ein Error. Ja, meine ist auch funktionstüchtig. Nee, deine Waffe ist schon lange nicht mehr funktionstüchtig, Kevin. Ich bleib bei Kevin. Das sagt er gar nicht, das hoffte er da eine Hose. Oh, warum schießt er auf mich? Tobi, hör auf! Weißt du, Tobi? Also ich glaub, Tobi, Tobi ist es, glaub ich. Ich glaub, Paul hat Tobi erschossen. Meinst du? Ich glaube, er... Wo bist du jetzt? Warum bleiben wir nicht zusammen? Warum rennst du weg? Ich weiß nicht, im Verlauf. Was? Ja, wie... Stimmt, aber hier kann man sich wirklich schnell verlaufen. Warte, ich hab... Einen hab ich gesehen? Ja, das ist... Warte mal, ich... Warte, hier bin ich. Hä? Ich seh dich nicht? Ja. Nein, pass auf, das... Ach gut, alles klar. Kevin. Ich schreib mich nicht so. Ja, ich dachte jetzt... Nein, ich war doch bei dir, wo der erschossen wurde. Ich hör Schritte rechts von uns, oder? Warte mal. Ja, ja, da. Nee, das war ein Auto. Ja. Das waren deine Schritte. Mhm. Da ist Kevin. Wo was? Wo ist er? Egal, wer jetzt in die Quere kommt. Außer Kevin natürlich. Den werde ich jetzt schießen. Okay, warte mal. Wer ist denn jetzt... Wer ist denn jetzt hier da? Äh, und zwar ist das... Ja, der liebe Tobi. Ah, okay. Doch, Tobi. Der Tobi, der Tobi, der war ganz leid. Tobi. Ich hätte Paul zugetraut, dass er einen Tobi erschießt, ne? Und dann sagt er, Tobi, Tobi, Tobi. Ich hätte Paul ihn für fähiger gehalten, dass Tobi jetzt wirklich gestorben ist. Aber der Tobi, wo ist er denn? Tobi. Tobi, Tobi. Komm, du hattest ja wenigstens mit uns reden, Tobi. Hm? Ja, dann rede ich dir sowieso nie, ne? Oder hast du wieder den Mund voll? Tobi, wo bist du? Ha! Nicht getroffen mit deiner blöden Michael-Jackson-Waffe. Ah! Ja! Alter, irgendwo war er. Da knallt ich nicht. Aber ich hab ihn erwischt. Aber du hast mir jetzt die böse Eingegeben. Ich dachte, oh Scheiße, die Runde ist schnell rum. Sind da durch, dass er mir gleich Eingegeben hat. Weißt du, das war einfach so witzig. Ich hab ne Waffe gewechselt und Paul so, ach Tobi, du bist bestimmt Traitor. In dem Moment wird unten das Schild rot. Ich dachte so, fuck, du kannst den nicht draufhalten. Hatte ich einfach reingezwiebeln, ey. So, okay, liebe Freunde. Dann würde ich sagen, sehen wir uns auf der nächsten Map in der nächsten, im nächsten Part. Ja, genau. Bis dann, und tschüss. 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 Vergessen zu machen. Und zum nächsten Mal.